Das ist einer der VW-Werkspiloten, kann aber nicht feststellen, wer. Der Fahrer ist aber schon draußen. Vom Helm her sieht das aus, jetzt schauen wir uns erstmal die Zeitlupe an. Ja, das ist Tiki, das Geburtstagskind. Ich wollte gerade sagen, vom Helm her sieht es aus wie Tiki, kommt in unglücktem Winkel auf die Begrenzung. Sie sehen, der Überrollbügel hält den Kopf von der Fahrbahn fern. Die Nachfolgenden erschrecken sich ganz fürchterlich. Er ist unverletzt, wie wir ja gesehen haben. Ich darf Ihnen das gleich nochmal sagen, damit Sie sich um Himmels Willen nicht erschrecken. Das sieht zwar ganz schlimm und fürchterlich aus, aber der Mann ist unverletzt. Also die Überschlagserie begann eigentlich erst danach. Sie sehen, wie er die Hände sofort vom Lenkrad schützend vor den Kopf nimmt. Und bestätigt auch im Prinzip das hier wieder, dass die Autos doch sehr sicher sind. Aber jetzt hat er erstmal einen Schock, hat sich zur Seite gesetzt, muss sich erstmal erholen.